Ehm... Und danach... Wir haben hier ein Auto... Ich weiss, wo noch ein... Und jetzt haben wir das S-Programm haben wir überkommt, dass hier um den Tag ein Auto geht. Klar, musst du da noch ein bisschen schauen, aber... Nein, da kannst du wirklich nicht. Du kannst umschauen im Bad. Ich weiss auch nicht, dass da Angst haben muss, dass jemand... Nein, aber die haben ja gewohnt Nein, also... Nein, bremsen machen oder kein Stas, und du kannst mich gar nicht machen. Nein, 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 nein. Und du hast keine Vorwarnspot. Ja, den ist... Super Baby! Mirach!